Hi Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von unserer Fastenreihe und heute wollten wir euch einfach mal erzählen, was unsere Fastenerfahrungen so sind bis jetzt und worum es dann geht bei dem Fasten-Retreat. Genau, also wenn du mal beginnen magst, Kathi. Ja, sehr gerne. Bei mir ist es so ein bisschen speziell, ich habe mit Anfang 20, also vor jetzt fast 20 Jahren, habe ich angefangen zu fasten, also dieses typische Wasserfasten, was damals irgendwie so angesagt war, wo ich war Alles-Esser und habe dann einfach, wie man das so empfohlen bekommt, ein-, zweimal im Jahr gefastet, meistens so eine Woche und habe dann die typischen Fastenkrisen so nach drei Tagen meistens halt Wasserfasten gemacht oder halt auch mal eine Brühe gegessen, Saftfasten gemacht. einfach so, dass halt es nicht so schlimm wurde sozusagen und habe dann halt nach einer Woche oder so wieder das Fasten gebrochen und habe dann aber, weil ich da insgesamt in einer ziemlich schwierigen Phase in meinem Leben war, den Weg nicht mehr so richtig rausgefunden aus dem, nach dem Fasten, also ich habe dann dieses Leichtigkeitsgefühl, was ich während des Fastens hatte, das habe ich so genossen, dass ich dann einfach nur noch Salate gegessen habe, weil ich irgendwie nicht, keine feste, festere, dichtere Nahrung mehr aufnehmen wollte. Aus der heutigen Sicht könnte ich sagen, ja, ich wäre da Rohköstlerin schon geworden, aber das gab es damals irgendwie in meinem Umfeld noch gar nicht, sondern ich habe drastisch abgenommen, ich habe irgendwie den Weg nicht mehr rausgefunden, mir ging es auch nicht so gut dabei und habe dann wirklich, ja, bis vor, bis vor einem Jahr oder so auch gar nicht mehr gefastet, weil ich das Gefühl hatte, ich muss erstmal, sag ich mal, normal essen lernen, bevor ich wieder irgendwie so einen drastischen Schritt mache. Und dann habe ich halt vor jetzt über zwei Jahren quasi mit der Rohkost angefangen, dadurch kam halt so das Frühstücksfasten in meinem Leben, dass ich halt morgens nichts mehr gegessen habe bis um zwölf, am Anfang mit Wasser und jetzt seit ein paar Monaten mit Trockenfasten, also seit Anfang des Jahres. Und dann habe ich, ja, in Thailand, da gibt es auch ein Video dazu, einen Unfall gehabt mit dem Roller und da hat mir dann halt ein Freund empfohlen, hey, mach doch mal Trockenfasten, da kann der Körper am besten regenerieren. Und weil ich einfach diesen Unfall hatte, diese Wunden hatte, war irgendwie die Motivation dann groß, dass ich halt, ja, mal wieder gefastet habe und bin da so reingerutscht, ohne drüber nachzudenken, dass ja dann das Fastenbrechen wiederkommt. Und das Thema kam dann auch wieder hoch. Das Trockenfasten habe ich vier Tage gemacht, das war auch richtig, hat mir richtig gut getan. Ich konnte zugucken, wie die Wunden verheilt sind, die ganzen Schürfwunden, die ich mir zugezogen hatte. Und das war echt so eine gute Erfahrung, dass ich halt seitdem immer mal wieder, also es war jetzt so im Februar, immer mal wieder so Trockenfasten-Tage oder jetzt auch mal drei oder vier Tage Trockenfasten mache, also ich habe das Gefühl, das liegt mir irgendwie fast mehr als das mit Wasserfasten, also das Wasserfasten. Und habe da auch jetzt, weil ich ja eh mich rohköstlich oder mit einem hohen Rohkostanteil ernähre, auch gar nicht mehr jetzt dieses Problem mit dem rauskommt. Da bin ich einfach viel achtsamer und bewusster. aber dadurch weiß ich halt auch, wie wichtig dieser Aufbau nach dem Fasten wieder ist. Weil da bin ich halt, wie gesagt, gebranntes Kind und passe einfach jetzt viel mehr auf und habe gemerkt, dass jetzt durch die häufigen Fastenphasen ich das auch wieder, also mir das zutraue, dass ich das mache und kann und genau. Das war es, glaube ich, jetzt erst mal was mir so einfällt. Wie war es so bei dir? Ja, bei mir war es im Prinzip so, ich bin relativ spät so zum Fasten gekommen. Das war, wo ich mit der Rohkost dann angefangen habe vor drei Jahren und habe dann mit dem Wasserfasten angefangen, erst mal drei Tage. Und mittlerweile habe ich dann regelmäßig gefastet und ich habe immer kürzere Fasten gemacht, dann mal Saftfasten und Wasserfasten, auch mal Trockenfasten phasenweise ein paar Tage. Und habe da so meine Erfahrungen dann immer mehr gesammelt. Und bei mir war es eben auch wichtig, also bei mir war das immer ein ganzheitlicher Weg. Also ich habe immer meine Ernährung dabei umgestellt. Ich hatte mich lange nur erst nicht ans Fasten herangetraut, weil ich immer dachte, hey, dann nehme ich noch mehr ab und ich habe immer so schmale Kerl. Und deswegen habe ich mich dann erst so hingetraut und habe es auf jeden Fall nicht bereut, und seitdem auch regelmäßig, also jetzt die drei Jahre, dass ich auch eigentlich immer Frühstücksfasten mache, also bis 12 Uhr mindestens nichts esse. Und ja, habe mittlerweile ja mich mit vielen Menschen da ausgetauscht und immer wieder auch Coachings gegeben da in dem Bereich und Leute da mit durchs Fasten auch begleitet. Und ja, ich bin eben durch die Rohkoster hingekommen und habe gemerkt, was das mit dem Körper macht. Und gerade das, was jetzt Kati auch sagt, was sie dann erst hatte, sie ist halt einfach so ins Fasten eingestiegen und wusste vorher danach noch nicht so, wie geht es danach weiter und hat es immer nur so als kurzen Weg gesehen. So, hey, jetzt fast dich mal und das ist eine kurze Entlastung für den Körper. Aber wenn man danach dann wieder genauso weitermacht, dann merkt man halt nicht mehr viel von diesem Leichtigkeitsgefühl, was sie auch gesagt hat. Und das hat man dann erst, wenn man dann wirklich dauerhaft in eine gesunde Richtung seine Ernährung dann danach auch umstellt. Und dazu ist Fasten halt auch wirklich eine super Möglichkeit. Ja, und mittlerweile kann ich das auch echt gut und gerne weiterempfehlen, weil wirklich die Regenerationspower, die der Körper dann in der Zeit hat, wo er halt nicht die Kraft in die Verdauung stecken muss. Ich merke das wirklich, wie nach jedem Fasten wieder irgendwie ich mich kräftiger fühle, stabiler fühle, mein Darm sich irgendwie gesunder anfühlt und also jetzt zum Beispiel die Peristaltik irgendwie besser geworden, ist die Wundheilung insgesamt besser geworden, ist die Verdauung besser wird danach. Und also ich habe richtig Lust, da weiterzumachen, auch gerade wie gesagt, also bei mir halt jetzt so mit dem Trockenfasten und oder halt Frühstücksfasten. Und da, ja, da merke ich so wie alleine, also ohne dass ich mich anstrengen muss, wie ich da richtig Lust drauf habe, das immer wieder zu machen, weil es einfach der Effekt einfach so immens deutlich sichtbar ist. Und der Genuss kommt dadurch erstmal wieder am Essen. Die banalsten Dinge genießt man so nach einem Fasten. Und es ist echt so schön, dass der Geschmack sich wieder mal nullt und man dann wirklich diese Natursachen wieder völlig genießen kann. Du beißt den Apfel und genießt den absolut. Und man nullt den Geschmack wirklich wieder. Man holt den wirklich wieder auf das normale Niveau. Genau. Und kann das deswegen halt auch super nutzen, um seine Ernährung dann auch umzustellen. Dann gehen die ganzen Geschmacksverstärker und so weiter. Das ist dann alles mal kurz beiseite geschoben und dann normalisiert sich das Ganze wieder. Ja. Das brauchen wir dann alles nicht mehr. Genau. Ja, also wenn du Lust hast, vielleicht auch das erste Mal fastest oder einfach die Erfahrung von so in der Gruppe zu fasten machen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen zu unserem Fastenretreat vom 11. bis zum 18. November. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib die in die Kommentare oder klick dich einfach durch die Serie durch und schau da, was dich vielleicht auch noch interessiert. Wenn du noch Anregungen hast, worüber wir nochmal ein Video machen sollen, dann lass uns das auch gerne wissen. Ansonsten findest du alle Infos für die Anmeldung unten in der Infobox. Und ja, wir freuen uns auf eine schöne Zeit in der schönen Natur und ja, mit ganz viel Austausch über Fassel. Mit der Röden. Mit der Röden. Genau. Zentral in Deutschland für alle gut zu erreichen. Ja. Also wir freuen uns schon mal drauf. Genau. Ja. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.